Hallo. Guten Tag. Junge, warum hast du nichts gelernt? Keine Zeit. Welches Grinsen war zuerst da? Das von Farin Urlaub oder das vom Joker? Warum stirbst du so oft in deinen Musikvideos? Da musst du Norbert Heidger fragen, der hatte irgendein Problem mit mir. Wie spät ist es? Keine Ahnung. Richtige Antwort wäre gewesen zu spät. Haha. Wähler oder Rott? Wieso oder? Uh, ich find beide heiß. Teufel oder Gott? Wieso oder? Welche extremen Wünste? Stehen auf deinem Tour, Ryder? Stilles Wasser. Nächster Urlaub. Wann und wo? Geht dich ein Scheißdreck an. Und die Fotos? Digital oder analog? Früher analog, heute digital. Ich bin voll modern. Wie hat dich deine Mutter genannt? Sohn. Und wer darf dich heute noch so nennen? Meine Mutter. Du trägst oft schwarz. Welche Farbe hat deine Unterwäsche? Willst du gucken? Wofür gibst du zu viel Geld aus? Für Unterwäsche. Wenn dein Leben verfilmt wird, wer soll dich spielen? Meine Unterwäsche. Unterwäsche. Welche Serie ist deine Droge? Serie? Der musikalische Newcomer 2014 ist? Die sind nicht von 2014, aber ich bin großer Fan von Düse. Halt! 2014 Selina Bostic. Erstes Soloalbum. Sie ist deswegen aus dem Racing Team ausgestiegen. Zu Fuß. Der lustigste Mensch der Welt ist? Phil. Warum Fisch nicht Fleisch? Keine Ahnung. Welchen Song hättest du im Nachhinein lieber nicht geschrieben? Paul. Welchen Heino-Song hättest du gern geschrieben? Keinen. Dein peinlichster Bühnenmoment? Du meinst die Zeit zwischen auf die Bühne gehen und die Bühne wieder verlassen? Mhm. Und wie sahst du dabei aus? So wie immer. Das war's. Ich bin fertig! Juhu!